Im Emder Stadtteil Borsum, direkt hinter dem Emsdeich, liegt das Ökowerk Emden. Das Ökowerk ist eine gemeinnützige Umweltstiftung. Seit über 30 Jahren bieten wir Umweltbildung für Kinder und Erwachsene an. Auf unserem weitläufigen Gelände zeigen wir in abwechslungsreich gestalteten Bereichen, wie vielfältig die Natur ist, wie Pflanzen wachsen und was sie dafür brauchen. Wir erschaffen kleine Lebensräume für Insekten, Vögel und andere Tiere. Das Herzstück unseres Geländes ist der friesische Obstgarten, das Pomarium Friesie mit über 600 verschiedenen Apfelsorten, die wir erhalten. Das Motto unserer Stiftung ist erleben, begreifen, handeln, bewahren. Getreu diesem Motto können Besucher auf unserem Gelände die Natur mit allen Sinnen erleben. Mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Geschmackssinn, mit der Nase und mit den Fingerspitzen und Fußsohlen. Unsere bunten Blumenbeete laden zum Hinschauen ein. Im Grün unseres Geländes können sich die Augen erholen. Die Natur heilt wieder im Summen der Bienen und Hummeln, im Rauschen des Windes in den Bäumen, im Quaken der Frösche und Kröten und im Gackern der Hühner. Hören Sie einmal genau hin. Im Herbst ist Erntezeit. Obst und Gemüse aus unserem Garten steht zum Probieren bereit. Das Highlight in jedem Jahr ist die Apfelernte. Tausende Kilo von reifen Äpfeln werden von Hand gepflückt und zu Saft gepresst. Derweil verströmen die Kräuter und Blüten in unserem Hexengarten einen intensiven Duft. Beim Gang über den Barfußlehrpfad können Kinder und Erwachsene unterschiedliche Untergründe erspüren. Das Naturerlebnis, das wir auf dem Gelände anbieten, dient der Verwirklichung unseres Stiftungszwecks. Menschen die Natur begreifbar zu machen und sie dadurch zum Handeln anzuregen, um die Natur zu bewahren. Besonders am Herzen liegt uns die Umweltbildung von Kindern. Wir sind ein grüner Lernort, der jedes Jahr von vielen hundert Kindergruppen aus Schulen der Region besucht wird. Machen Sie sich einen Eindruck von der Vielfalt und Schönheit unseres Geländes. Lassen Sie sich dazu anregen, selbst zu handeln und zur Bewahrung der Natur beizutragen. Wie? Das zeigen wir Ihnen gern bei einem Besuch der Stiftung Ökowerk Emden.